Ah, das ist kalt. Ein Mitspieler ist in einer Station näher eingestellt. Ich glaube, jetzt geht es besser. Sehr gut. Das mit dem Maul zu stehen hat, glaube ich, echt viel gegriffen wird. Ich muss zwar noch ein bisschen planen, wie ich das jetzt mache, aber... Sie haben einen Kampf verloren. Ah, weh. Kampf verloren. Was? Ich habe die dann um 10. Naja. Fertig. Versteigt dein Schiff gegenfeindliche Angriff, ja. Ja, wo jetzt geht was weiter, Michael? Ja. Äh... Die Schaffung fährt sich sehr schlecht. Wieso? Ah, das ist so... Ah, das... Ich eröffne jetzt mit 3 gleichzeitig an. Auf ihren Inseln ist gerade ein Gewitter ausbrochen, gell? Ich hoffe, das ärgert es mir nicht. Ja, was ist denn nichts mehr? Alter, jetzt kannst du ein bisschen weiter runterfahren. Wohin? Du hast mich, siehst du, dann kommt zu unten. Ja. Triffst du denn? Ja. Ja. Ah, ja, das wird... Das wird nicht ganz funktionieren. Triffst du denn? Ich schaue. Das wäre nämlich geil. Jeden Turm, der du triffst, das... muss werden. Ja. Laufat, aber ich müsste das gewonnen haben. Laufat und drüßen. Also, sie ist erschießen. Ah. Merci. Super. Super. Aber du, glaube ich, triffst du nicht, ne? Wurscht. Aber das Gerne ist... Ich habe gerade... Also, ich... Das Ding wird das liegen. Auf kurzer langen Sicht wird das liegen. Sehr gut. Nein, dann muss ich doch schon wieder nieder. Wie geht's denn da? Ich habe zwar gerade vorher geschaut, aber... Nein, nein, nein. Ja. Fast besser. Bis auf das, dass dreifach nur die Gebäude voll im Arsch sind. Ja. Ich glaube, wenn die immer hieß, dann kann man schon mal gut reinigen. Was ist denn sonst irgendwo gut? Was? Gut. Also, die... Nein. Gut, und die gar nichts weiß in der Hauptregel. Nein, das ist die Gebäude. Sonst nicht so. Gar nichts, nirgends. Früher. Äh. Ja. Das ist schlecht. Vierer aus noch zu noch kurz, das war halt. Ja, dann macht's. Das ist lustig. Wir sind immer noch mehr Geld. Macht euch in der Ratsversorgung auf eine Nacht, bevor es anhand... Ja. Na gut, der Treffer ist schon, dann wäre es gut gewesen, aber wir schaffen es auch nicht. Schaffen hast? Ja. Wie lautet euer Befeu? Bereit? Wie lautet euer Befeu? Selbst verstunken. Ich werde sofort mit der Grabe und Decke... Ja, wo ich... Da geht was weiter. Und da muss ich schauen, dass seine Bruchzeuge nicht erstören, wenn es das geht. Warte. Warte. Ich weiß nicht, dass er nichts angreifend ist. Nicht? Nein. Du kannst es nicht direkt anwerfen. Du kannst es darunter zu stellen, wenn du der Markthauser überlegst. Hast du? Ja, das Problem ist aber, der Dorfzentrum von Pienaas Markthauser. Wieso kann ich die D-Stunden beschätzen? Du kannst nicht auf dem Knopf schrafen. Ich wieder Slide nach. Ich warte, dass der Schrauben. Ich warte, dass ein wird. Wir gehen dann auf die D-Stunden. Ich schraube den November, bis zum nächsten Mal. Jetzt fange. Jetzt fange ich die D-Stunden. Sie vergessen mir zum Agen. Ich schraube ich meine drei. Ich schraube mich. Ich schraube ich meine D-Stunden von Böcke. Wir marschieren los. Sie haben eine Hand verloren. Wir marschieren los. Fack. Zwingt sie in die Knie. Entschütteln wir nicht ganz. Ich hatte ja schon eine Idee. Oh, was hast du mir hingeschickt? Ich? Ich zeige dich auch noch durch. Wie sind die andere? Die arabische Häuser. Weil der Glück, dass ich auch viel Plus. Oder mehr. Bei ihm oder bei ihr? Bei ihr, bei ihr. Habe ich viel drin lassen? Nein, sie haben schon geschickt. Nein, sie machen eh schon Aufstand. Schaden kann es nicht. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Schlager. Auf der Theorie hat große Hohne. Ja, weißt du? Ja, ja. Schon wieder. Ich weiß schon, wo das ist. Das ist immer am selben Fleck. Das ist immer da mit meinem Markplatz. Wie bei mir selbst. Wenn es mal ist. Nein, nicht. Ich dachte, das war mir auch nicht erwischt. Ja, ich weiß es nicht. Wie wir die falsche Propheten erzählen. Ja, machen wir das? Was? Hallo? Was ist das? Welchen Passage soll ich denn nehmen? Herr Hofer, oder? Braucht ihn zu in den Zentren. Was? Braucht ihn zu in den Zentren. Was? Braucht ihn zu in den Zentren. Achso. Das ist gut. Ich sehe die Brötchen auch wieder. Wir stehen zur Vertriebe. Faktiert ist genau. Schieß ins Wort. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waden mehr her. Unfall"... Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ist das ein Schatz oder hat mich zu viel versprochen? Eure Anweisung Nichts kann uns standhalten Nichts kann uns standhalten Nichts kann uns standhalten Das? Ja, das ist nicht schlecht Okay Du kannst quasi, wenn du das einfach an Schiff gibst Es wird nicht langsamer, wenn es ausschussen wird Egal was für den Damage du kriegst Stellt wie du es hier verlangssamer um 100% Okay Okay Das ist einfach das grüne Rolle Ist schon wieder Ist das nicht los? Nein Kannst du irgendwo Schiffen? Was? Schiffen kann ich nicht mehr, oder? Ich würde sagen, wir nehmen uns an und das gleich wieder Geht es? Nein Warte mal Nein Wenn man es jetzt den Fritz-Dings auch nicht mehr Riecht das was er dann ist? Ach gell, ebenso, oder? Eure Anweisung Ich muss es aber gleich wieder mit dir auf der Tür begleiten Ah Ah Das wollte ich auch noch sagen, dass... Im Eku Sta хлä Safety clear nicht mehr Jetzt haben wir 3000 Grut Ich hab's gekriegt. Also das Ding hat's, ist es gut? Ja. Okay. Ich hab's gekriegt. Halleluja, jetzt hab ich's gekriegt. Da kommt schon mal der nächste Termin. Das ist eigentlich nur der rühne Koffe. Klar. Kassig. Sie haben ein feindliches Militärgefolge auf uns. Hey cool. Jetzt geht's zu uns. Ich püsch. Ist ja geil. Kannst du in den Tod fahren? Nein, kann ich nicht. Woffen. Also die Frage haben wir für den Konto? Weil wir können in den Todsburg in den Konto fahren. Warum warten wir? Was? Machen wir das? Holst du mit dem Schiff Alexi? Ja. Von unserer Hauptinsel. Was ist denn schnell? Wurst. Die vom Inder sind schneller teuer. Was? Die vom Inder. Ja. Ja. Ja, es ist alle Stress zu werden oder so. Ich will ja den Schwert da, gell. Ja. Dann bring ich mehr mehr ein, bis ich es alle erfüllen will. Das Gelle ist jetzt klar nämlich. Bei ihr wesentlich besser empfohlen. Ja. Ja. Das ist klar. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Fisch. Bin unterwegs. Ich freue mich also. Herr Vogel. Mit der Koffer. Unser Ding greift jetzt ihre Sachen an. So was? Ja, so gut, gell. Ja. Natürlich kann ich dir etwas Geld trinken. Haha. Haha. Hör auf der Heim. Du. Du willst doch nur wieder Öle zahlen. Keine Frage wo. Das ist ja noch die Frage, wie man das Gas hier brauchen kann. Ja, das ist die Frage. Hey, aber warte mal, das Luftzentrum wird eigentlich. Wo gibt's das? Ja. Wo? Ja. Weil es dauert. Es dauert lang. Ja. Aber gut, das eine ist positiv. Das ist unser Bergvertrieb. Das heißt, da kann man nie wieder... Also ich kann ja keine Druppe mehr bauen jetzt. Also... Ich weiß nicht, wie das jetzt... Zum Schutze meines Volkes. Ja, jetzt müssen wir die ganzen... Weil die Türme kann ich nicht machen. Ich muss keine machen. Aber ich muss... Ja, und was wir hinmachen müssen, das hat die Marktgebäude. Und da ist ja recht. Kannst du die hinmachen und nur einen mal. Und dann, wie soll... Ja, ich kann das... Ich kann das aus Ihrem Nachbarn durchsetzen. Ich kann das nicht machen. Ja, ich kann das nicht machen. Sehr gut da, ja. Ja, das ist im Oberenbereich irgendwo nichts. Ruhig, ruhig, ruhig. Wir sind unterwegs. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr hin. Wirklich schädenhaft. Auf, los! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hey, Gliche. Ja. Das hab ich verkürzt, das, gell, auf Netzwerken. Kleines Händler, kommst du wieder? Was? Ah, ich komm noch dazu. Da, da breit es nicht oben. 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 Was? Schauen wir. Gleich. Schau, Wolfshafen ist das, oder? Was du oben genannt? Wo tut deine Büro aus? Wolfshafen und Schafsburg. Ja. Ja. Guck mal hin. Wolfslafen, Wolfslafen, Wolfslafen! So, ja. So, gar nicht mit den Pfeifen. Vielen Dank.